Herzlich Willkommen bei einer weiteren Runde von Pazzy vs. Flo. Und zwar spielen wir Artic Combat auf der neuen Map Tower. Und ja, ich muss da noch kurz was einstellen. Es ist Sniper Only, also nur Snipern. Genau. Ja, ich gegen Pazzy. Also, wie gesagt, Pazzy gegen Flo. Bisschen wenig Geld hab ich. Aber wenn juckt's. Dann geht es jetzt los. Will ich auch sagen. Okay, naja. Nimm dein's noch auf? Ja. Okay, gut. Das ist nicht immer ein kleiner Schnitt wegen dem Fullscreen. Achso. Aber das geht. Also ich spiel zum ersten Mal auf dieser Map hier. Ich spiel das zweite Mal. Ich hab einmal mit René hier draufgezockt. Ich erkunde die mal. Also ich spiel auch für'ster Grafik hier, wie ihr seht. Konnte ich früher nicht. Komm ich jetzt. Yes. Nein. Also, ähm, ihr werdet es jetzt bestimmt schon gesehen haben. Wir versuchen, dass... Ey, wie schlicht bin ich ein... Also, ähm, wir versuchen, dass wir hier Bild im Bild machen. Also... Wenn... Wenn... Wenn es letztendlich dazu kommt... Man! Dann seht ihr jetzt... ...den Bildschirm von mir... Man! ...und von Florian. Ein... Ein, 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 ein Groß. Das... Müssen wir nur noch gucken, Kontropland, wo man Action ist, ja. Ja. Okay, man kann ja nicht drüber springen. Doch kann man. Hä? Boah, passi! Ey, ich stehe hier noch mal, ist doch da! So wäre ich runtergefallen, wenn ich mich schlicht bin ich eigentlich. Yeah! Yeah! Ach, ja, ich habe eine Granate, ne? No, ich habe, glaube ich, gar keine Granate. Äh, nee, weiß nicht, nein, gibt's keine Granate. Ich hatte, ich habe die Granaten-Skill, weißt du? So, ja. Der Beste... Oh, 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 hi. Mist. Der Beste bist du jetzt aber gerade nicht, ne? Irgendwie nicht, ne? Ey, ich dich nicht trenne! Oh! Oh, geil, ich habe hier durchgeschossen. Ja. Du bist invisibili, ich hatte ich getroffen! Ja, ich habe mich getroffen, aber nicht gilt. Durch die Wand! Oh! Mann! Das ist Karton! Wieso kann man dich Karton schießen? So! Setz ihn mal auf! Ich bin nicht mehr auf! Boah, Pasi! Mann, 8 zu 2, das hole ich noch auf! Ja, wo ist der? Fuck! Ey, ich bin... Ich glaube es nicht! Mann, wieso bin ich so schlecht? Boah, klar! Boah! Oh, fuck! Boah! 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 und Sacken! ек durch die Wand ich hab doch seine Füße die Hälfte Füße okay da geht es natürlich nicht durch die Wand endlich trifft dich wahr shit ja klar durch die Wand es ist so fast auch ein Karton da ja auch so hier die beiden Seiten sind auch Gott habe ich mich erschrocken ich denke es kommen doch durch Mann durch mein Kopf was sind jetzt mehr als mehr auf hier ist man den nein wie ich mich gedreht habe er auch kommt man zu versuche ich das überhaupt du würdest mir und der Nachwelt großen Gefallen tun wenn es nicht mehr versuchen wird ja klar ja 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 ich würde mal sagen auch lehre ich lehre ich boah wie einfach draufballern nein ja angeblich ein bisschen wieso bringt das denn nicht das ist voll unfair das geht hier anscheinend nicht okay bist du dran ja was bist du ein Vince Bidi hier wo man verrägert ich komme nicht weg oh Gott wo noch mal Zeit ey wie ich dich nie treffe oh Gott Gott jetzt lasse ich nach angeblich da das wirklich nach was los hey Gott ich meine Fresse das ist das ich hab doch voll auf die gezielt ich bin ja angeblich bewege ich in ganz hell und triff die Hälfte ja NDR Bord bei ihm vor Ort kriegt es konnte sich damit stecken ich glaube es nicht Hey! Hey! Who is that? Nein! Ich glaub's nicht! Wie kann er mich denn treffen so? Ich bin gehüpft! Ja, das geht nicht! Oh Gott! Ich bin gehüpft! Aber ich hab dich während des Hüpfen getrunken! Hey! Hoff zu hüpfen! Nett mich Yoshi! Nein! Ganz ruhig! Nein, nicht ganz ruhig! Ey! Mann, weg mich! Das ist doch auch die ganze Zeitraum! Was soll das denn? Meine Fritte! Hier, schluck das! Ach ja, geht ja nicht! Ja! Mann, das ist unfair! Ja! Bewegt mich die ganze Zeit! Und wo ist er jetzt? Ja, schön auf Zeit spielen! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Das ist doch gefakt! Haha! Ja, natürlich! Ich hab hier, ich hab mir ein Wort! Wenn ich noch mal hier, auch wenn ich nie den Kopf treffe! Nein! Nein! Ich hätte ein Kill gefehlt! Boah! Hey! Oh! Endlich! Oh, du Arschloch! Weil du mich getroffen hast, ey! So viel! Oh! Du Arschloch! Weil du mich getroffen hast, ey! Oh! Okay, dann würde ich auch schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und, ähm, genieß noch die restlichen ein paar Sekunden von diesem Spiel! Und, äh, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Pazzy vs. Florian! Ciao! Kein Bock!